Hi Leute und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play League of Legends. Heute mit dabei der Tekka, Lara und Awesome One Jenna. Hi. So, also ich bin echt mal gespannt. Es wird echt mal wieder Zeit, dass ich ein bisschen Material aufnehme. Ich mach den Skin von Renekton voll. Oh ja. Das ist einfach Baywatch. Genial. So. Wer flamed? Was zum Gold? Oh, report my pleas for flaming. Wer kennt mich? Ah halt, ich muss erstmal die Auflösung herunterstellen. Kleinen Augenblick. Ey, ey. Und da sind wir wieder. Hey, es läuft auch mit 60 Frames bei der Aufnahme. Was? Ich hab doch 30 eingestellt. Fraps, verarsch mich nicht. Nur weil hier die Deckelung nicht funktioniert, das find ich nicht gut. Also begrenzte Framerate haben ich 30 Frames eingestellt. Das sieht man hier auch. Allerdings trotzdem wird bei mir oben rechts einfach 60 angegeben. Obwohl Fraps auch. Das sieht man dann später in der Aufnahme selbst. Ja, das sieht man jetzt nicht. Also an meiner Stelle. Äh, das sind... Ah, ah, die seit C. Komm mal näherkosten. Du mit deinem Sohn. Also ja, 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 ja. Komm mal, Wayne. Dankeschön. Geht echt noch wie große Fahnen durch. Irgendwie schon. Du hast den falschen Ton. Aber danke. Reicht gesehen. Na, hab mich gesehen. Interessiert mich schon, aber nicht. Ist auch behauptet an deiner Stelle. So, lass mal's sehen. Wie sieht's denn da unten aus? Vielleicht zieh ich den... Kragen in der Mitte. Riven. Ich mein, da hab ich den Kleiner von abgehalten, dich anzugreifen. Wow, das hat mir bestimmt 6 HP gerettet. Ja. Nachher hast du nur noch 6 HP und denkst, oh, jetzt hast du meine Filme gerettet. Gott, was hat sich. Gott nicht. Oh mein Gott. Oh, ich denke, ich werde dann die... Top... Die Lulu tut mir mehr weh aus der Edge. Ja, oder? Ramos, I don't know if you... If I can handle Riven. No problem. You got me. Like a bitch. You got me like a bitch. Well, ich mein, like a probe. Sorry. Ja, die Supporter machen von mir immer so viel Schaden. Das find ich schrecklich. Supporter OP. Ja, vor allem Ludo, das... Das ist so eine Nervensäge einfach nur. Die macht mir so viel mehr, schade als alles andere. Ja. So, und ich schau dann direkt mal auf der Toplane vorbei. Wie sieht's bei euch aus? Oh, das Kragas wird ordentlich zugesetzt. Und... Ich kann noch nicht fahren. Ja, relativ ausgeglichen. Und go. Und go. Ach Gott, niemand, fang an. Was machst du, Renekton? Bist du behindert? Ey, wenn du den jetzt nicht kriegst... Ey, den hol ich mir jetzt. Ich kann jetzt nicht zulassen, dass den kommt. Ah! Oh, yes! Oh, nein! Nein! Oh, nein! Ich bin schon gestorben. Ach, scheiße. Ich hab den Platz von Blitz. Ich hab einen Heal getauscht und hab jetzt... Boah! Das ist nicht gut. Nee, ich will. Ich hab einen Kill. Schön! Äh, warum schmeißt die das auf mich? Ist nicht gescheuert. Das tut... Was tut denn weh? Boah, warum hab ich das denn getauscht, ey? So, lass mal sehen, wie sieht's in der Mitte aus. Komm, Markus, mach mal einen Pentakill. Ja, sofort. Moment. Ich hab zu. Pentakill auf Kommando. Ja, auch Janne heute Mittag hatte Pentakill gemacht. Ja, die war lustig. Die war gut. Die war gut. Die mag ich voll. Wie sie sich so schön gegangt hat bei uns. Ach, wie süß. Wie ist der Rausgott? Draven. Draven. Was ist denn Draven? Danke. A very nice draw by Draven. Wie konnte das noch passieren, ey? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh nur so klein ich werde ich aber drüber ja real big move ich sollte mal das Headset aufsetzen glaube ich also ich kann nicht gut hören ja ne es geht nur um die Rückhopplung ich habe eben das gehört dass es wieder nicht so optimal ist so deswegen ich port jetzt mal ein Blick und ich suche das Kabel ich habe es gefunden und ja das ist natürlich wunderbar organisiert vor allem wenn so Aufnahmen halbwegs spontan beschlossen werden so Dennis sag mal was hast du gut gemacht Aaaaaaahhhhhh der Lolo geht mir sehr gut an ich bin ja die Seite mal stark ich bin ja komm schon E1 Hauptsache ich bin jetzt die Seite sterbtot bis zu tun war er geht wo der Ort kommen er wurde wir wollen vorliegen auf dem Land die Wien abgeburt so und das nicht macht was war das wo es draußen was ich lange abgezogen hat gut dass ich das nicht aufhabe das war ich gut weil das wäre traurig die Bumalde ich könnte ich habe ich habe ein Mann frei alle zehn was sein die Kragers muss auch nicht, hat Kilometer weggeschneidt, aber ich trug trotzdem mal vielleicht was wird ja was wo ist ein Bot Lane? äh, hier ist die Dings und das anderes ist tot das anderes ist tot, ok also Kragers fahr mich ganz leicht aus im Moment ja, ich fahre dort gar nix, weil ich bescheuere willst du uns zu uns runterkommen? ja, ich bin auf dem Weg hier holen wir uns aber sie hat gewordet ah, das Ludo ah, ich bin zu lahm so, ich hab's gemacht, als ob ich abhauen würde, die hat mich zwar trotzdem gesehen, aber nützt alles nichts, ich werde das Wort zerstören, das ist schon geschehen Kragers geht auf Tank oh, das ist nicht gut, Markus Blum? hm, ich glaube, wie viel Schade die Ludo trägt, das gibt's so ne ist das sofort? ich muss noch kurz mal sagen, zurück gut na ne, ist ok, ist ok mach das ruhig naja, sind eh nicht so viel ach, dafür hab ich geflasht, bei der Freundin mitspies so, alles klar holen wir uns mal die Kragers, oder? ja, ich bitte lieber so, und jetzt hab ich kein Mahname so, und jetzt hab ich kein Mahname ok, ich bin auf dem Weg ich muss packen, eigentlich du könntest auch mal warten, bis die Sterne ankommen darf ich? holen wir an uns? ja, ja, klar, klar, auf jeden Fall na, jetzt ist es vorbei ok, lass den Rennen macht nix ich geh auch gleich weg mal kurz da drüben mhm so, jetzt wir sollten mal ein bisschen aufpassen ja ne, der ist da drüben so, ok, dann ich hab 3-0, ihr Leute es ist ein guter Start sehr gut das ist eine Goldie und warum hab ich keinen einzigen Kill davon drauf? ich hab ne echt Goldie auch bekommen das nächste Mal brüllen, bevor du jemanden tötest also das letzte Mal war mit Ansager, oh, die muss langsam mal sterben rot das war die Luli die Luli die Luli äh, die Luli die ist so nervig, da muss sie sterren Lululu haja ho Lululu ich fühl mich wie so ein Fehler, weil ich einmal tot war ja oh nein wie konntest du nun? ja ja, aber falsch eingeschätzt ich hab eigentlich nur die Tasten verwechselt so, Kragers spielt passiv da kann ich ja momentan nicht viel machen auch nix, ich hab die noch bekommen, die echt kommt auch cool was, warum macht die das? ich weiß jetzt, ah, sie wollen Markus holen diesen Grad zu dritt ich komm, ich komm ich komm ich komm, ich komm ich komm, oh so fernst gefarmt oh, guck mal da die Kälte denn echt oh, Alter, ich hab den Moises gekriegt hätt ich gerne ruhig warte, bis ich mindestens eh ins Druck gespürt das dann war grad so schön ja, ich will, das Dokumentär wäre für mich gewählt Rennikton das Krokodil Rennikton das Krokodil das klingt wie so ne Geschichte es war einmal ein kleines Rennikton das hatte auf der Top den Probleme mit einer Riven da kam Rammus und Tod war es Ende P.G ist der Rennikton ok, ich greif an Achtung Leute wo seid ihr, ich bin schon links da ok wieso also, deswegen hier bleib, hier bleib hier bleib hier bleib hier bleib kriegst es? gut das war schön und wieder einmal hat Rammus für Tag gerettet made my day ok Achtung was er ihm oh das ist schön ok oh die echt macht schade oh nein oh da 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 drauf schön Alter Alter oh das Krokodil ist tot Ende hier hier jetzt bin ich nicht der Einzige der schon mal tot war hier ja das Krokodil fiel genauso ich reporte euch beide WAS? warum hab ich jetzt mal mit dir was sagen ach weil die schon mal da Achtung ich war die ganze bei mir in der Mitte weil sie sich vermisst hat ja wir haben erst eigentlich schon vermisst ja ja jetzt müssen wir weg komm wir gehen weiter weg ok ok der Krokodil ist wieder dran save the save save the save save the save I see a betrayal in the hate wow 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 hate the passion wow wow er hat nicht damit blöd ist Riven there for you wow wow Alter was du nicht tun Arnie was singst du denn? Riven is a Dancer ok ja das wusste ich sofort hab ich auch sofort erkannt und an der manodiert und so haha ich hab nur ja das hab auch nicht mehr verstanden ich hab auch nicht mehr verstanden ich frau mich immer noch was der Krokodil ist der Krokodil ist der Krokodil Riven is a Dancer jetzt Krokodil wehe du stirbst jetzt geh doch drauf Krokodil ey die wollen uns dann taue her gibts nie dann sag doch wir gehen weg mit euch kurz so der liegt ja noch schaden was versucht er da eigentlich hä mach sie hol sie dir hol sie dir schön ich weiß es nicht wie sie es macht ich glaub sie denkt das macht schaden klar das hat so weh geduht Alter ich seh'n was ja diese Taube die ist so hart aber diesmal sind wieder ein paar richtig schöne Kills dabei die Massen von Markus was ich sagen muss die machen so an wirklich denkbar einfach aber guck dir Jen an 5-0 meh schon ah guck den Draen mal an der schmeißt was ist er der schmeißt mit die Opossums Opossum Draen ja ich weiß nicht wie ich da drauf gekommen bin aber hier quäler Draen der schmeißt mit Katzen das sieht eh aus wie große Zahnbürsten ja Zahnbürsten die einmal über die ganze Map rollen oh ah läuft bei dir oh nein ja komm oh mein Gott nein geh raum ich versuche noch sag jetzt nicht ich hab schon wieder Flash gedrückt anstatt hier ich versuche es noch zu holen oh ich muss die knappe oh 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 nein was zum Teufel noch schluck oh ja ich wollte sie grad noch holen ich bin ein bisschen eine halbe Millimeter vor meine Nasse ach Teleportiert kann mich gleich mal jemand erinnern die Knöpfe wieder zu tauschen ja haut doch die Knöpfe an mit ich habe einen Farm geklaut soll man Drake machen? dann auch, gell, du Dead Arrow lass mich n'goo komm wir gehen ich geh noch kurz den Farm runter Riven push den Tower, Vasallen OP nicht so, Alter reißt du mit ab? ich hab voll keinen Mana, das ist so traurig alter Markus, du hast noch weniger Kills als du Draven so, wenn du es verweißen, darfst du es doppelt anfarmen ja, und ich mach viel zu viele Kills, um mich auf so armes konzentrieren sie muss die Champions farmen ich farme auch Champions, also Kragas, ein Yee, nachdem was gerade so in meinen Finger ja, die Yee habe ich auch schon gefarmt ich meine so vordrigen Finger mein Tower fällt dann kümmern wir dich drum jetzt ist so eine Bibi-Geschichte mein Tower das kleine Renekton und der Tower also liebe Kinder da draußen, wie ihr diese Folge seht das nächste Mal haben wir eine ganz andere Moral für euch die Moral der heutigen Folge ist heute 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 der heutigen Folge ist das kann man nochmal AHHHHH bist du ein Rammus? geh niemals auf einen Kragas drauf die Moral ist attackieren attackieren harakiri 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 das kleine Renekton und der große Kill Spiel das ist so schön das ist so schön Alter was geht mit dir aus? lecker New York und Time das ist eingelegt in den Kill oh Gott oh der kommt denn oh Gott Euro er hätte die 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 was in der Witzernblumen das Leben Rekord Rekordmann auch auch ein mit dem Scheißschild immer wo ist das ja ja schönes ich hatte es nicht mehr auf die spüren die hohe die hohe vier leute wieso jodo du wirst doch immer wieder mit boren die Zukunft das beginnt die Behinderte da drüben was solltet ihr nur wenn ihr an einem Asozialen Geld und da haben wir es wieder nicht schämen 5 den nächsten Morgen liebe Kinder nicht schießen wenn ihr zu zweit seid und ein Riven gegen euch schießen die End bis du wohl die EU bist unglaublich Gau Renekton, Gau Renekton, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir! Ich kümmere mich mal drum, dass die Riven da ein bisschen gestoppt wird Ah, guck mal da Oh, Riven, 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 oh Guck mal, guck mal, wer ihm abhauen musste Riven Nein, der Tau! Ich weiß nicht, wer da drauf gekommen wäre, aber ich wollte nur einen Tipp den für mich behalten Unser Tau, weg hier Ja, Gau Renekton, wenn du dann nicht kriegst, dann kommt Guckert Gert, dann kommt Guckert, das ist Krokodil ohne Zähne weil der Krokodok da war Love, do you love my, do you love my, do you love my, do you love my? Mein Fragezeichen Vor allem, hallo, was ist das für Englisch? Wenn dann schon me, okay Die teilt ganz schön Schaden aus Ja denn Ich hab zwar jetzt einen Kommentar auf, in den Fingerspitzen kribbeln habe ich lassen Das sollte mal Feed werden, glaub ich Oh, wieder die Ulti Ah, Vorsicht, mach ich, okay Nein Nein Oder 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 doch Oh, hat die, wie oft hat die diese Scheiße da? Schade Komm schon Ah, noch einmal, noch einmal, bitte, 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 bitte Yes Äh, schüttel Dieser Support Alter, ich kann nicht mehr schreiben Shift So Ja, ich bin auf dem Weg, keine Sorge, Markus Du bist nicht alleine Freut mich, das ist schön, wie er mich ausmacht Ich hab doch überhaupt cool Arakiri Zurück Ja, ne, das Oh, guck mal, wer der Killsteal betrieben hat Ich hätte meine Uhr gezogen, so, ne, ich hab's gewusst Komm, ist egal Weiter, weiter, komm, 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 komm Oh, ne Riven, oh, ne Riven Riven is a dancer Das war echt dick move, Achtung Riven, daaaack move Du kommst so dick Ich hab mich überhaupt nicht aus der Basel noch, weil ich die ganze Zeit euch zugesucht hab Riven schaut nur zu und moderiert Ja, ich hab das gerade auch Kommentier mal bitte entsprechend, oh Gott Ja, da muss ich aber auch mit der Kamera drauf halten, sonst bringt's nicht viel, wenn ein Kommentator Drayden da kommentiert So, Kommentator, Draht, Draht spricht Oh, ist schön Ich muss das ganz oft probieren Oh, stein mal hoch Go, 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 go Tauerteid, Tauerteid Oder auch nicht, gut Lass es, lass es Komm, auf geht's, go, go, go Eche, gleich sterben aber alle gar, wenn er so greedy sind Ich hab die Lulu, hab die Lulu, hab die Lulu Ich hab den Kragas Okay, damit mal Schön Doppelkirche Wollen wir den Tower machen? Aber die Minions sind da unten festgehalten Ich hol sie mal Mhh Ich muss aufpassen was es da von mir gegeben, am Ende spätig gehen wir das Business Ich muss das A Team da laufen Weinen, wie man da laufen wegen einem A Cappella Na, weil da ist es wunderschön, das du Xiaohan hat Ta-da-da-da-da-da-da-d Was mit mir? Möchtest du mir den Ersatz, bitte, sagen, von Kragas? Was für ein Ersatzwagen von Kragas? Der Satz von Kragas. Oh, die Riven macht Pauly. Guck mal da, guck mal da, Jenna, 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 Jenna. Wir kommen ja zu viele. Carsten, die Riven. Riven is a dancer. Haha. Mikrofone ins Gesicht. Ja, aber trotzdem, bitte, bitte wart, bis ich irgendwie... Die Riven macht mir viel zu viel Schaden. Die tut sehr weh. Sie tut sehr... Oh, 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 oh. Oh, guck mal da. Wer hat das eben mit Geld gemeistert? Wer hat das vorher auf sich gezogen? Der Rammus. Der hat seine Kugel reingeworfen, den Killer abzuschauen. Einer, geh unaufmerkmal, Gott, der entschulde, dass mein Tower fällt, obwohl der sowieso fällt. Hat er ihm viel gebracht, diese Unlieb? Oh, die Verzweiflungseulge eben. Go, Ori. Gut, gut. Oreo Keks, los! Was? Äh, ich hab ja ne Taube, ich bin schnell, ne. Outfit. Das war traurig. Kragas, äh, die und seine Fähigkeiten sind ja AP, ne? Ja, gut. Guck mal ein Blut für mich. Ja, diese komische Äschbe schießt mich immer mit diesem komischen Vieh. Dieser Taube, das bringt's doch gar nicht. Weil das nicht die Quinti eine Taube bei sich hat. Das macht sie schon die ganze Zeit, ich wissen was mit der los ist. Die denkt niemand Schaden. Wieso mach ich eigentlich mehr Schaden als der Renekton? Oh, der hat noch keine Items. Der geloft hängt. Der, der, der Würfel hin. Äh, der greift an. Schuh? Ich bin grad Top-Liner, so. Uah! Ich hab gesagt, angreifen, nicht sterben. Ja, was hab ich denn getan? Gestorben. Ja, ich hab alle... Oh shit, Äsch und Kragas, komm mal auch. Oh, jetzt müsste er es aber noch kriegen hier. Ja, jo, Renekton. Soll. Äh, wir sollten abhauen. Mensch. Alter, Renekton, 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 du Dumme. Renn, Renekton. Hör mal diese Lulu aus. Komm, ich hol mir die Lulu. Ja, hallo. Ja, ich bin ja so schade. Ja, du Han... Bist doch so scheiß Arschluss. Johannes Raider. Bist doch halt. Bist doch halt. Bist doch halt. Arribaribas. Ist mir egal, so viel Arribaribas kannst du gar nicht machen. Fick dich. Hab dich. I gotcha, bitch. Über die halbe Map verfolgt, aber ich hab sie. Ich hab gedenken, ich habe mich wahre uns einig, dass man da chase. Ist mir egal. Es steht 3510. Ja, und? Aber im Ernst, wieso haben wir bei den Aufnahmen zum Teil die richtig geilen Games einfach? Wow, Legendary, äsch. Ja, 1,7, da werde ich mich auch Legendary fühlen. 3,1,15. Komm, auf geht's. Ich bin toll. Ich bin toll. Komm, auf die Kragas, auf die Kragas. Ich tänke das kann. Und zu teufeln. Und weg. Renekton? Nein. Aus. Böses Krokodil. Also, war sein Okay. Aber wir sind doch hier, das geht doch noch. Das geht doch. Also, außerdem habe ich noch zwei Halltränke. Oh, die Triffen. Ah, 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 Leute, was tut ihr dann? Die Triffen. Ja. Hat die mich gerade erkleidet, oder warum hat die Triffen? Oh, oh, GG. 3,1, irgendeiner war weg. Oh, jetzt war das denn schon wieder. Ah, ich würde mal sagen, ich beende damit mal die Folge. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.